Hallo ihr Lieben, hier ist Hoseita Ude und ich möchte euch einen wunderschönen Frühlingstag wünschen. Leider kann ich das nicht live machen, weil mein Windows Phone gibt das halt nicht her. Aber egal. Es ist so wunderschönes Wetter in Berlin gerade und da zieht es mich natürlich raus in der Natur. Und jetzt lasse ich mir die Sonne ins Gesicht scheinen und deswegen kriege ich die Augen nicht richtig auf. Also ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schaut mal die schönen Osterglocken hinter mir. Also bis bald. Tschüss.